Die Semmelweis Universität ist die älteste medizinische Hochschule in Ungarn. Mit ihren sechs Fakultäten nimmt sie in der hiesigen Bildungslandschaft in den Bereichen Medizin und Gesundheitswissenschaften eine einzigartige Stellung ein. Ihre drei Schwerpunkte sind Bildung, Forschung und Innovation sowie Medizin. Dieser Dreiklang macht sie zu einem international anerkannten Kompetenzzentrum. Wir arbeiten am Aufbau einer Universität, die die besten Ärzte und medizinischen Fachkräfte heranbildet. Unser Hauptziel besteht darin, den Patienten mit Hilfe unseren Absolventen und ihren hervorragenden Fähigkeiten die beste medizinische, stomatologische, gesundheitliche, pharmazeutische bzw. konduktorische Versorgung zu bieten. In diesem Sinne haben wir die medizinische Ausbildung modernisiert und die Praxis in den Vordergrund gedrückt. Dank der Curriculum-Reform verbringen die Studierenden mehr Zeit am Krankenbett und im Operationssaal. Das geschieht damit, dass erlernte Wissen nicht nur hilfreich, sondern im Alltag auch anwendbar sei. Damit ist auch unserem Hauptziel gedient. In den nächsten zehn Jahren in internationalen Hochschulrankings zu den 100 besten Universitäten insgesamt und in Europa zu den fünf Besten in ihrem Fachbereich zu gehören. Die Geschichte der Semmelweis-Universität begann im Jahr 1769, als Maria Theresia die medizinische Fakultät der Universität Naxzombad gründete. Als eine der hervorragendsten Universitäten Mittel- und Osteuropas spielte die Institution schon immer eine bedeutende Rolle im Leben Ungarns und der ganzen Region. In ihrer mehr als 250-jährigen Geschichte haben zahlreiche weltberühmte Ärzte und Forscher an dieser Einrichtung studiert oder gearbeitet. Auch während der 2020 in Ungarn ausgebrochenen Covid-19-Pandemie spielte die Universität auf nationaler Ebene eine führende Rolle. Die Institution war hierzulande eine der größten Anbieterinnen von Coronavirus-bekämpfenden Maßnahmen und beteiligte sich im Kampf gegen die Pandemie, indem sie eine Vorreiterrolle bei Früherkennung, Impfung, der wissenschaftlichen Forschung sowie der Weitergabe von Informationen über das Coronavirus spielte. Die Semmelweis-Universität ist die größte medizinische und gesundheitswissenschaftliche Institution des Landes, Einsatzort für zahlreiche innovative Verfahren in Ungarn bzw. Mittel- und Osteuropa. Hier werden die meisten zukünftigen Ärzte, medizinischen Fachkräfte und Spezialisten in Ungarn ausgebildet. Das Bildungsangebot wird ständig weiterentwickelt, um den Anforderungen des Arbeitsmarktes gerecht zu werden. Die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts verlangen von Führungspersonal medizinischer und gesundheitswissenschaftlicher Universitäten, dass ihre Einrichtungen in den Bereichen Lehre, Patientenfürsorge und Forschung innovativ und dynamisch bleiben. An der Semmelweis-Universität als Institution der Medizin und der Gesundheitswissenschaften ist der sogenannte translationelle Forschungsansatz der Schlüsselfaktor. Das heißt, dass die Ergebnisse so schnell wie möglich in der Patientenversorgung eingesetzt werden können. Die Forschungsschwerpunkte liegen auf der Erhaltung der Gesundheit, der Krankenheitsvorbeugung, der rechtzeitigen Diagnose und wirksamen Behandlung sowie der Gewährleistung eines gesunden und aktiven Lebens bis ins hohe Alter. Zudem ist wichtig, alles, die es der Industrie und den ökonomischen Bedürfnissen des Marktes näher zu bringen. Heutzutage ist die Semmelweis-Universität eine der erfolgreichsten ungarischen Vertreterinnen bei den einschlägigen internationalen Rankings. In der internationalen Rangliste Times Higher Education 2023 gehört die Universität zu den 250 besten Hochschuleinrichtungen. Im Bereich der Medizin- und Gesundheitswissenschaften gehört sie zu den 200 besten Universitäten der Welt. Im Sektor der kardiovaskulären Medizin liegt sie auf Platz 43. Die Einrichtung ist auch für ausländische Studierende äußerst attraktiv. Mit fast 14.000 Studierenden, von denen etwa 5.000 aus 100 Ländern kommen, ist die Semmelweis-Universität eine der führenden englisch- und deutschsprachigen Bildungseinrichtungen in Europa. Auf allen drei Haupttätigkeitsfeldern ist die Universität bemüht, mit den internationalen Entwicklungstendenzen Schritt zu halten, die Technologien der Zukunft verfügbar zu machen, eine inspirierende Atmosphäre für Innovationen in den Bereichen Medizin und Pharmazie zu schaffen, sowie die klinische Patientenversorgung zu erneuern und zu entwickeln. Untertitelung des ZDF für funk, 2017